Frei. Ja, frisch auf die Trabstangen, die doch eher für die Versammlung stehen. Und jetzt durch den Slalom. Bisschen galopp, ein bisschen schneller. Und dann mal gucken, was die Schwarze mit den Wassergraben macht. Noch ein Versuch, wenn nicht reicht es, einfach weiter. Super. Auch hier vertrauensvoll auf die Plane getreten, das ist auch gar nicht so ganz einfach. So, kann die Nathalie Wäsche aufhängen? Die sind sehr gespannt. Ich glaube, sie lässt noch bei der Mama waschen. Aber dafür klappt es schon ganz gut. Die ganz alternativ hier mit der Wäsche umgehen. Auf die andere Seite. Ja. Und auch super gelöst. Ja, ganz relaxed jetzt hier zur Zitrone. Und ab in den Eimer. Zu relaxed auch nicht. Jetzt der Jürgen, der steht, der schafft schon mit den Hufen. Und jetzt ab mit dem Steckenpferd zu dem Jürgen. Der dann hier mit dem Biberheini versucht mal so einen Parcours zu fahren. Ich glaube, Gangschaltung gab es damals noch nicht. Ja, um die Kurve ist er auch schon. Auch unter der Limbo-Stange durch. Dann hier den Berg runter in Session-Stil. Und auch mit dem Fahrrad kein Problem, hier über die Geschichte zu fahren. Ja, weiter. Das mit dem Getränken kann er im FF. Jetzt geht es durch das Stangenwirrwarr. Auch das kein Problem für den Jürgen. Wobei man schon merkt, dass die Feinabstimmung mit dem Fahrrad, die doch noch nicht so gegeben ist. Er jetzt dort unten zum ersten Mal im Tiefschnee. Und jetzt muss er ganz schön strampeln, wenn er wieder rauszukommen. Gar nicht so einfach hören, was du von den anderen da verlangst. Ja. Und schon geht es hier los. Den Berg hoch. Zum Ball. Und den Ball in den Eimer. Und ein Hindernis muss er jetzt noch springen. Und dann sind wir mal gespannt, wie er jetzt hier durch den Sand fährt. Gar nicht so einfach, ne? Ja. 3.14. 2.10. 3.12.